Wären die jetzigen Preise vergleichbar mit Bärenmarkt? Wenn es 4 Euro vor XRP gibt, gibt es fette Donation für dich. Danke vielmals, mein Lieber. Wenn XRP erstmal auf 4 Dollar oder Euro gehen sollte, dann werden wir auch genug Kohle gemacht haben. Macht dir da auch keine Sorgen. Aber ich halte das noch nicht vergleichbar mit den Preisen im Bärenmarkt. Wissen wir halt nicht. Das ist halt immer diese spekulative Sache, wie weit wird XRP runtergehen? Wenn der Schalter erstmal, dieser Hebel umgedreht wird und XRP anfangen wird durch die Decke zu gehen, dann wird das Sentiment wieder ganz anders sein. Die Leute werden sagen, so ein toller Coin, so cool. Alle, die Shitcoin vorher gerufen haben, werden versuchen rein zu formeln. Und dann kommt das wieder, wird XRP einmal über die 2 Dollar gehen, geht der nie wieder drunter. Und ich halte von solchen Sachen nicht viel. Wir werden einfach sehen, was kommt. Ich glaube, wir werden immer noch diese Drops haben, die wir vorher haben. Warum? Weil es immer noch manipulierte Bewegungen sind. Dicke, dicke Investoren pumpen da richtig viel Geld rein, jagen das Ding hoch. Dann ziehen sie wieder ihr Geld raus und das Ding geht wieder runter. Das hat jetzt nichts mit Anwendung zu tun oder mit verbesserten Fundamentals, die irgendwie, wisst ihr, was ich meine? Also in den nächsten Jahren, in den 3 bis 4, vielleicht in den nächsten 5 Jahren, sehe ich die Anwendung so groß, dass es wesentlich schwerer wird, die Preise so zu manipulieren, wie es jetzt passiert. Aber solange wir so eine Mass-Adoption noch nicht haben, dann sehe ich das einfach noch nicht, dass einzelne dicke Entitäten den Preis nicht nach ihrem Belieben steuern können. Sehe ich einfach noch nicht. Daher glaube ich auch, dass wir im Bärenmarkt wesentlich tiefere Preise sehen können. Aber gut, das ist wie gesagt auch von meiner Seite aus jetzt Spekulation. Wer mag, was ihr hier seht, liked das Ding einfach mal, unterstützt mal, um es zu sehen.